Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB-Radio. Bei mir ist ein Mann, bei dem man sofort denkt, vom Sehen kenne ich ihn. Aber ich weiß nichts über ihn. Und es ist höchste Zeit, das zu ändern. Er heißt Christoph Ledkowski und wir haben uns darauf verständigt, dass wir hier im Studio jetzt einfach eine gute Zeit haben wollen. Schön, dass du da bist. Ja, auf jeden. Hey, Jens, grüß dich. Ich freue mich, dass wir ein bisschen deine Karriere auseinandernehmen. Weil die ist wirklich, wenn man sich das so anschaut von außen, muss ich sagen, Halleluja, was für eine geile Geschichte. Ein Kesselbuntes, meine Damen und Herren. Warum kennt er den Kesselbuntes, der Mann? Na, weil er aus Halle an der Saale kommt. Und ein paar Jahre noch in dem System aufgewachsen ist. 82 bist du geboren in Halle. Das heißt, du konntest sogar noch, glaube ich, die ersten sieben Jahre deines Lebens ein Kesselbuntes sehen. Richtig. Und dann blieb der Kesselbuntes ja immer noch in den Köpfen der Leute. Weil ich bin im Osten dann aufgewachsen. Und bis heute sind ja Menschen immer noch geprägt durch die Zeit der DDR. Ich glaube, das kriegt man nicht so schnell aus den Leuten raus, oder? Die Menschen sind ja einfach so sozialisiert. Mit der Wende kam ja jetzt nicht der Kapitalismus auch in den Köpfen sofort. Das hat ja alles gedauert. Also bin ich sehr lange und sehr behütet im Osten aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt. Ich war ja früher Unterhaltungskünstler der DDR. Also staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter nannte sich das ja damals. Insofern hatte ich natürlich mit der Unterhaltung schon damals eine Menge zu tun. Und Kesselbuntes war für mich so eine Sendung, die ich natürlich geguckt habe. Logischerweise, weil da die Größen der DDR-Unterhaltung und alle anderen dabei waren. Auch regelmäßig Schauspieler übrigens, die da irgendwas machen mussten. Das war spannend. Manne Krug wahrscheinlich, oder? Also als er noch da war, oder? Was meinst du? War das noch? Manne Krug war der noch da? Ich glaube, da war ich noch zu jung, als Manne Krug noch da war. Und als er dann wieder zurückkam, war ich schon aus dem Alter raus, dass ich mich dafür interessiert habe. Manne Krug ist so ein bisschen an mir vorbeigeschaltet. Ich kenne natürlich Manne Krug logischerweise auch als Schauspieler und als Sänger und als Musiker. Tierisch, oder? Ich habe letztens erst die Platten wieder gehört vor ein paar Tagen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, was der Typ für Musik gemacht hat. Das ist ja, also ich weine ja. Ich weine regelmäßig, wenn ich meine Krugplatten höre. Ich habe auch tatsächlich noch zwei Platten in meiner eigenen Sammlung zu stehen von Manne Krug, die regelmäßig auch aufgelegt werden. Ich bin ja großer Vinyl-Fan. Und da du auch Musiker bist, was wir nachher noch besprechen werden, hast du natürlich auch eine Riesenaffinität zu guter Musik. Definiere gute Musik, aber ja. Gute Musik ist immer die, die einem gut gefällt, ne? Das hast du schon gesagt. Es geht um persönlichen Geschmack dabei. Wollen wir die Christoph-Letkowski-Story mal erzählen? Und zwar im Detail. Du sollst ja schon als Kind, sagen wir mal, ein wenig auffällig gewesen sein. Und da war auch irgendwas mit der Stasi. Also die Geschichte möchten wir gerne mal hören. Oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los. Wo soll ich da jetzt anfangen? Bei der Stasi? Warst du so ein kleiner Rüpel? Hast du früher schon deine Freunde oder sowas benutzt, um Streiche zu spielen, um anderen Leuten das Leben so ein bisschen schwer zu machen? Also in der Rückschau ist es immer wahnsinnig schwer, das so objektiv zu betrachten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass zum Beispiel im Kindergarten, der immer noch zu Ostzeiten stattfand, da gab es immer so eine Klickenbildung, zwei Gruppen im Grunde. Ich war irgendwie, wir waren zu vier, zu fünf. Und dann gab es die andere Gruppe und die wollten uns immer zusammenschlagen. Und ich konnte die Jungs aber nur in meiner Gang halten, indem ich denen regelmäßig irgendwelche Spielzeuge versprochen habe. Also es gab dann immer so Autos, wenn man auf den Knopf drückt, dann wurden die halt original groß oder so Helikopter. Wenn du auf den Knopf drückst, dann wird der groß. Und ich vergaß die halt jeden Tag mitzubringen. Ich musste dann mir immer mehr größere Geschichten ausdenken im Sinne von, Ja, aber morgen bringe ich dir dann den, das ist so ein super Flugzeug. Wenn du da drauf, kannst du damit zum Mond fliegen. Dann wurden die Augen immer größer und die Geschichten auch immer größer von Tag zu Tag. Irgendwie war ich dann aber irgendwann alleine, weil irgendwie gingen mir dann die Ideen aus. Und irgendwann glaubten die Jungs nicht mehr dran. Und das war eine sehr aufregende Zeit auf jeden Fall im DDR-Kindergarten. Es gab so einen Tag, wo ich nicht auffällig war. Da gab es schon so einen Appell und traten alle Kinder an draußen auf dem Platz. So gab es damals schon im Kindergarten. Und dann kriegte ich nochmal Troschka, feierlich überreicht, weil ich an einem Tag mal nicht auffällig war und nicht in der Ecke stehen musste. Aber das sind ja Kinder-Auffälligkeiten. Also das, was ich damals war, ist heute in einem Waldkindergarten, die ich kenne, gang und gäbe. Dass Kinder einfach sich bewegen, sich jagen, keine Ahnung, auch mal Konflikte austragen. Und ich finde das einfach im Osten, es gab da nicht so einen Vorrat an Mitteln, also auch an pädagogischen Mitteln, wie man mit solchen Menschen, ich nenne sie mal hypersensibel, was ich auch war, umgeht. Ich war dann zur Beobachtung in der Klinik, also schlief dann da auch und so. Und die wollten halt wissen, was das ist. Dann gab es EEGs, Gehirnchecks und so, Herzchecks. Und am Ende des Tages hieß es halt, dass ich irgendwie, dass das medikamentös behandelt werden müsse. Mein Vater, der selber Mediziner ist, der sagte, aber das machen wir nicht und brachte mich dann mit meiner Mutter relativ sicher durchs Leben, so die ersten 18, 19 Jahre. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und vor allem über die Wände, wo besondere Sachen dann einfach dann auch aufgedröselt wurden. Also das Pädagogik und der Umgang mit Kindern einfach bis heute und ich hoffe noch mehr besprochen wurde und so. Und das war im Osten schon, finde ich, sehr mangelhaft, wenn ich an viele Potenziale denke, die man so hatte. Einfach als, du weißt es ja selber, du bist ja auch in der Zeit groß geworden und weißt ja auch, wo die Grenzen waren, vor allem in den Köpfen. Und das ist schon, wenn du da irgendwie anders warst, war das gefährlich. Aber viele Leute, die heutzutage etwas geworden sind, in Anführungszeichen mal, die waren ja früher auffällig, in Anführungszeichen, weil sie anders waren als die Masse. Also sie hatten, weiß ich nicht, so ein ADHS nennt man das ja heute im Neudeutsch. Also sie waren halt ein bisschen, sie waren agiler. Ja, was heißt agiler, aber man einigt sich auf dieses ADHS, ja. Und es ist so ein bisschen schwierig, das irgendwie zu benutzen, weil der Typ, der es erfunden hat, sagte dann bei seinem Ableben, dass es Quatsch ist. Was er da erfunden hat, es ging vor allem darum, Ritalin zu etablieren als Medikament dagegen. Und ja klar, das ist die einfache pharmazeutische Lösung. Bam, Pille, los geht's, alles ist gut so. Aber das löst ja nicht die eigentliche Aufgabe der Gesellschaft. Das löst nicht die eigentliche Aufgabe der Gruppe, Kinder zu halten und zu integrieren. Ich erinnere mich aber noch, dass das System einfach anders war. Die Lehrer kamen mit zu uns nach Hause. Also auch Lehrer hatten damals ein anderes Bedürfnis auch. Ob das jetzt gut war und gut gelöst wurde, sei dahingestellt. Aber sie waren auf jeden Fall richtig aktiv dran. Das sind so die schönen Dinge, die mir so in Erinnerung blieben von diesem I care about you. Also wir kümmern uns umeinander. Und da hatte ich, glaube ich, Glück. Aber hatte ich gerade schon gesagt, Jens, dass ich einfach finde, dass die Aufdröselung und das Sichtbarmachen von dieses Facettenreichtums, was Kinder ja haben und mitbringen, einfach total spannend ist und auch gesehen werden soll als das, was es ist. Nämlich was ganz Wunderbares und Wundersames, was, wie du ja sagst, einfach ein Potenzial entwickeln kann irgendwann. Wenn man das an der richtigen Stelle abholt, hätte beispielsweise, ich gehe mal davon aus, dass du auch ein auffälliges Kind warst. Ja, schon, ich war, sagen wir mal, lebendig, ne? Naja, aber siehst du mal, also und das ist ja, und stell dir mal vor, dass du wärst auch anders abgeholt gewonnen haben. Also nur mal so mal so Kreuzfeuer, ne? Was wäre gewesen, wenn man gesagt hätte, Mensch, Jens, da ist so ein ganz wiffiges Kerlchen, den, naja, den setzen wir jetzt hier mal schon in den verfrühten Origami-Kurs. Das wäre schon vielleicht auch was anderes gewesen. Also keine Ahnung, wer weiß, ne? Wir wissen es nicht genau. Aber waren das auch die Lehrer, die dich damals für den Sport begeistert haben? Denn du warst ja auch Zehnkämpfer, ne? Du warst ja jemand, der viel Energie hatte, die man gut umleiten konnte zum Sport zum Beispiel. Das war dann so ein bisschen auch das Resultat. Also Leichtathletik war ja jetzt kein Gruppensport, kein Mannschaftssport, weil die Mannschaft ja auch immer was mit Vertrauen und der Gruppe zu tun hatte. Und ich war dann dadurch aufgrund der, dem, wie man mich so nahm, wie darauf, du warst ja auch Gewichtheber. Also du warst auf dich alleine gestellt, ne? Also du merkst dann, du bist alleine verantwortlich für, das hat aber was mit Selbstbewusstsein zu tun ab einem bestimmten Punkt, weil du stellst dich als Kind ja auch in Frage dann. Du sagst, du bist irgendwie anders, weil du aber so gespiegelt wirst, weil alle sagen, du bist anders. Und dann spiegelt sich das auch in der Wahl des Sportes beispielsweise, dass du sagst, okay, dann wäre ich Leichtathlet. Und beweise es mir und allen anderen, dass ich was kann in Anführungsstrichen, dass ich was bin und was so. Und darum glaube ich, wenn ich ehrlich bin, war das so eine große Motivation, was mir dann auch sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein schenkte, wo ich merkte, okay, ich kann mich darüber definieren ein Stück weit und das gibt mir so einen Halt einfach für mein Wesen. Und dann war es auch okay, wenn ich dann irgendwie mal ein bisschen zu schnell war oder zu kräftig war oder zu laut war. Dann sagten sie alle, ja, der ist ja auch Sportler und naja, man muss das Talent ja auch ein bisschen freien Lauf lassen. Der ist halt so. Stimmt, das war bei uns damals anders, weil wenn ein Trainer zu dir gesagt hat, du musst dich mal ein bisschen integrieren in diese ganze Geschichte, ist es anders, als ob es ein Lehrer gesagt hat, weil Trainer war dein Kumpel. Absolut, absolut, ja, ja, total. Hast du das nicht so schlimm bewertet, die ganze Geschichte? Nee, überhaupt nicht, weil man ja auch dann dachte, der weiß, wovon er redet, weil so Mentoren sozusagen, also das war einfach Mentorenfiguren, die einfach dann nochmal eine andere Kraft hatten und einen anderen Impact hatten. Auf mich oder auf dein Leben ja auch dann in dem Moment. Woher kam deine Liebe zur Schauspielerei? Wie bist du dazu gekommen, vom Sport zum Schauspiel? Das ist ja eigentlich normalerweise ein ziemlich großer Schritt, oder? Das ist echt ganz witzig. Das fing ja alles in Potsdam an dann. Das ist ehrlich gesagt ganz lustig. Ich war bei der Armee, ich war bei den Fallschirmjägern und dann traf ich da meinen damals besten Freund und Mentoren, von dem ich alles über Musik gelernt habe. Und der lebt immer noch in Potsdam, hier in Babelsberg, Jörg ist das. Und wir hatten uns irgendwann verloren, aber der war ganz wichtig für den Anfang. Und zudem bin ich dann gezogen nach Potsdam. Und dann bin ich ans Theater gegangen, ans Hans-Otto-Theater und war dann Kulissenschieber. Einfach Kulissenbilder aufgebaut dann mit 1920 und so, also wollte gar nicht so. Weil ich vor allem vorher in Potsdam an der HFF nicht angenommen wurde, da war ich stock sauer. Ach, du hattest dich da schon mal beworben, ja? Da war ich sauer, kannst dir gar nicht vorstellen. Ich kam da rein und dann war da Zimmermann, der ist glaube ich auch gar nicht mehr. Und alle sagten, ja, du musst unbedingt zu dem. Und dann kam ich aber zu einer Frau und die ließ mich halt mit Anlauf durchrasseln. Und ich war so sauer. Ich meine, das kann doch nicht sein. Nicht mal geeignet bin ich und so. Und dann saß ich da vor der HFF hier vorne und dann dachte ich so, was machst du denn jetzt? Irgendwas musst du ja noch bringen, was musst du ja noch leisten. Dann bin ich halt direkt zum Geschäftsführer und direkt da gelatscht, da in die Schiffbauergasse da hinten. Und hab gesagt, du, ich will einen Job, egal was, ich mach alles. Und dann bist du Kulissenschieber geworden. Und dann hat er mich direkt sofort, weil er fand das irgendwie so cool, dass ich da so mit so einem Hals, den ich echt hatte, da rein bin und sag, komm, mach mir jetzt keinen Stress, ich will einfach nur hier arbeiten. Lass uns später über das reden, was vorgefallen ist, aber gib erst mal einen Job. Und dann war ich Kulissen und hab dann auch am nächsten Tag direkt angefangen. Und hab das eine Weile gemacht und fing dann auch parallel an, hier im Filmpark in der Marlene-Dietrich-Halle damals, dann ein Praktikum zu machen. Und dann war ich halt, hab ich alles am Set halt einmal so durchlaufen. Und dann war ich so, Theater kenne ich, Film kenne ich. Und dann, ich lernte dann Sabine Scholze kennen, die Schauspielerin am Hans-Otto-Theater hier. Und die war dann damals, half mir dann so ein bisschen beim zweiten Versuch des Vorsprechens in Leipzig. Und das ist dann irgendwie, das ist dann gut gegangen. Das ist sehr gut gegangen. Ja, aber das war so die Kurzversion von, wie ich zum Schauspiel kam. Also vorher hatte ich da eigentlich gesagt, nie so wirklich Bock drauf oder so. Ich konnte irgendwie alles, aber nicht so richtig. Dann könnte man sagen, ja, mach doch das. Aber ich hab auch gestottert, ich konnte nicht richtig reden und so. Das war irgendwie so, ach nee, nee, wieso? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist wieder so eine unglaubliche Geschichte, die in diesem Format regelmäßig auftaucht. So Geschichten, wo man sagt, das ist konstruiert. Jemand, der stottert, auf einmal stellt er fest, ja, ich mach Schauspiel. Und dann wird es auf einmal ein Erfolg. Ich meine, wenn man anguckt, was du schon für Filme gespielt hast, auf welchen Bühnen du schon gestanden hast, dann muss ich sagen, das kann doch kein Zufall sein. Glaubst du an Karma? Ja, ich glaube, das glaube ich sowieso. Ich glaube sowieso daran. Aber ich glaube vor allem daran, dass man irgendwie zu sich selbst finden sollte. Und das so, also wo bist du gut? Wo bist du in deiner Kraft? Das ist, glaube ich, das Wichtige für jeden so. Und wenn du das erreicht hast, auf unterschiedliche Arten und Weisen kriegt man das ja hin. Und für mich war das die Loslösung aus dem Osten damals, raus aus diesem System, was für mich auf jeden Fall nicht unbedingt gut war, hin zu einer Bestätigung, in dem Fall auch eine künstlerische, kam ich dann mehr zu mir. Und dann, wenn du bei dir bist, kannst du, glaube ich, schon sehr viel über Karma dann oder über Energien, so glaube ich, ist das, irgendwie auch beeinflussen, denke ich. Also, dass du dann, so wie ich da rein, mit Wester zu dem Geschäftsführer und Direktor da rein, und gesagt so, komm, gib mir jetzt hier einen Job, ich will jetzt hier gar nicht reden. Und das sind so Dinge, das sind so Impulse, die sind dann richtig und authentisch. Und die sind echt. Weil oft ist man ja mit Zweifeln belegt als Mensch. Und denkt sich, ah, meinst du, das ist gut? Und da gibt es ja so diese Sprichworte, die dummen Zweifeln nicht, die intelligenten Zweifeln immer und so. Ich glaube, da ist insofern was dran, als dass du immer auch abwägst. Denk die anderen immer mit und so. Aber das ist halt auch oft so ein Impulskiller. Ich glaube, irgendwann hat man genug an Lebensbesteck dabei und auch an guten moralischen Grundkenntnissen, dass man sich ruhig auch wieder auf seine Impulse konzentrieren kann und sagt, ich mach das jetzt, weil ich glaube eh, dass ich moralisch das Ding gut anpacken werde. Ich werde keinem schaden, ich werde nicht übergriffig sein etc. Und wenn man da ist, glaube ich, dann ist man auf jeden Fall ein cooler Typ oder so. Weiß ich nicht genau. Naja, aber so, dass man sagt, das ist irgendwie schön und man geht gut und mit Spaß durchs Leben, finde ich. Jetzt wird mir einiges klar auch. Wenn man dich so anschaut und wenn man dich so sieht in deinen verschiedenen Rollen, dann bist du so ein Typ, wo man sagt, mit dem möchte man gern befreundet sein. So kommst du rüber. Aber du kommst natürlich in den Rollen, wo du irgendeinen Kommissar spielst oder irgendwas Militärisches. Also kommst du natürlich für mich so authentisch rüber. Es ist mir klar, du warst Fallschirmjäger, du warst Leistungssportler. Das heißt also, das liegt ja auch so ein bisschen, auch so ein bisschen der Leitwolf zu sein und den auch zu spielen. Vielleicht, ja. Also bei der Serie jetzt hier gab es schon, also schneller als die Angsten, genau, gab es schon auch Herausforderungen, weil ich stehe nicht gerne vorne. Ich mache das schon so, aber ich bin da trotzdem auch immer noch unsicher, was wir eben gerade meinten mit dem Zweifel. Also ich habe schon auch viele Zweifel manchmal. Das sieht man aber nicht. Naja, doch. Also da hatte ich das schon. Also wenn du dann am Set, es geht schon. Aber das liegt doch dann an der Komfortzone. Wie eingebettet bist du in diesem Gefüge von, lässt man dich wirklich machen, vertraut man dir? Gibt man dir den Staffelstab? Und bei der Serie hatten wir eben die Situation, dass wir uns alle so lange schon kannten aus anderen Projekten und so. Und einfach klar war, jeder macht das, was er am besten kann. Und jeder weiß vor allem auch, wie wir am besten funktionieren. Das war das Geile, weil wir uns kennen. Wir wussten, der eine braucht das, der andere braucht das. Und wenn sowas so steht, dann kann man sich da auch reinfallen lassen, weil einen halt das ganze Team halt trägt. Weißt du? Und oft, das ist manchmal leider, ist ja nun mal so, ehrlicherweise, das hast du nicht in jedem Projekt. Du kennst das ja auch von dir. Also dass du oft hast du Konstellationen, wo du dich ein bisschen unwohl fühlst. Oder du musst dich einfach anders innerhalb einer Situation organisieren und dich aufstellen. Wo du weißt, du kannst jetzt nicht dich komplett loslassen alles. Und weißt du, der andere wird den Ball schon nehmen. So kennst du ja auch. Oder gerade wenn du moderierst oder du eine Show machst, wenn du einen guten Partner hast, dann kannst du dem was rüberschieben. Dann nimmt der das und macht halt Gold raus. Manche machen halt nichts damit. Und dann stehst du da und hast das Ding abgeschossen und fragst dich, wann kommt denn jetzt endlich die Antwort? Naja, aber wo ist der Fluss? Weißt du, auf die Suche nach dem Fluss. Lass uns mal ganz kurz das Projekt ansprechen. Da gibt es so eine Miniserie, die sehr, sehr spannend ist, die, wie ich finde, internationales Spitzendiveau hat und die es auch in der ARD-Mediathek noch zu sehen gibt und die man sich unbedingt anschauen soll. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es geht spannend los und es geht spannend weiter und es endet spannend. Ja, total. Schneller als die Angst, genau. Ist noch ein halbes Jahr sichtbar, glaube ich, jetzt bis Ende Juli. Also alle, die jetzt den ersten, den zweiten und den neunten ersten verpasst haben, der oder die können dann gerne in der Mediathek das nachholen und das gerne auch sich, also man guckt es auch so ein bisschen wie eben auch auf den Streamern gerne am Stück weg. Das ist das Schöne an diesem Format. Das ist tatsächlich so. Willst du ein bisschen mal uns hineingucken lassen, damit die Leute, die jetzt sagen, okay, habe ich noch nie was von gehört, vielleicht Bock kriegen zu sagen, ja, das schaue ich mir mal an. Okay. Schneller als die Angst ist eine Psychothriller-Serie mit Drama-Elementen, so würde ich das nennen. Da geht es darum, dass eine Gruppe von Zielfahndern, die in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, tätig ist, einen Serienkiller, der aus der Klinik ausgebrochen ist, gespielt von Felix Klare, suchen. Das ist erstmal so, was man, was man auch aus Tartocken und so, da ist ein Bösewicht, den sucht die Gruppe und alle rennen ihm daher und winnen ihn nicht und rennen im Kreis und sonst wie. Das Spannende hieran ist, dass es halt noch von unterschiedlichen Ebenen lebt, weil unsere Hauptfigur Friederike Becht spielt die Sunny, die Kommissarin, hat innerlich noch einen Konflikt am Laufen. Sie wurde nämlich in ihrer eigenen Wohnung sediert und vergewaltigt an einem recht frühen Zeitpunkt und kommt wieder zurück zum Dienst und sucht auch auf dieser ganzen Reise diesen Menschen, der ihr das angetan hat und wir beide sind quasi so ein bisschen die Hauptermittler am Anfang, ich erst, dann übernimmt sie irgendwann und dann spielen wir uns sozusagen alle zu und es gibt unterschiedliche Geschichten jeder Figur, die auch dann irgendwann zu dem großen Ganzen beitragen und es ist sehr, sehr dicht und vernetzt erzählt. Spannend ist es sowieso, die Kameraauführung ist wahnsinnig schnell erzählt, die Schnitte sind also sehr an den Sehgewohnheiten von Netflix und Co. dran, wenn ich das jetzt sagen darf an der Stelle. Darfst du? Und das ist halt das Schöne daran und es hat wahnsinnig viele Wendungen, also man wird immer überrascht so, das ist das Schöne daran. Und du bist so ein taffer Boss und Sunny ist so eine Kommissarin, in die man sofort schockverliebt ist, wenn man, wenn das geht von der ersten Sekunde an, dass man die toll findet, also mir ging es zumindest. Naja, weil sie auch eine selbstbestimmte Frau ist, also wenn ich jetzt ein bisschen noch darüber rede, warum ich das gemacht habe, ist es mir wichtig, also wir reden in der ganzen Zeit, jetzt auch nicht nur erst seit MeToo, aber schon sehr, sehr lange über die Gleichberechtigung der Frau und Feminismus hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen und eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen auch durch die sozialen Medien, da haben sich Machtverhältnisse verschoben, Transgender etc. Und das hat sich einfach alles ein bisschen verlagert und das sieht man natürlich auch in den Medien. Also du hast starke Frauenrollen, der Fokus wird darauf gelegt, auch Frauen anders zu erzählen und ich finde, das gelingt nicht immer oder das gelangt nicht immer. Oft wusste man nicht, was ein gutes Drehbuch ausmacht und man setzt einfach nur eine in Anführungsstichen starke Frauenrolle dahin, ohne dass das wirklich dann auch eine starke Frau war und Friederike Becht spielt das bei uns so selbstverständlich und souverän, dass es gar nicht mehr darum geht, hier eine starke Frau zu zeigen, sondern aus allem, was wir vielleicht in den letzten Jahren jetzt gelernt haben über Gleichberechtigung, Feminismus, kommt jetzt wieder zurück auf eine Geschlechter-Augenhöhe, würde ich sagen, weil die Opfer auch auf der Männerseite sind und die Täter auch auf der Frauenseite und das ist etwas, was ich mittlerweile persönlich einfach wahnsinnig wichtig finde, dass man diese ganze Diskussion wieder auch ein bisschen in die Mitte zieht zwischen Männern und Frauen, weil da sollte sie geführt werden und nicht nur auf der Frauenseite oder nur auf der Männerseite so. Das ist mir ganz wichtig und das macht diese Serie wahnsinnig emanzipiert und selbstbewusst so und Friederike sowieso und das finde ich ganz toll daran. Und da du auch regelmäßig als Regisseur arbeitest, ist natürlich das auch eine Sache, die du in deine eigenen Geschichten mit einfließen lassen kannst, weil genau diese Denkweise spiegeln sich dann auch in deinen Projekten wieder. Genau, ich habe jetzt vor allem Musikvideos gemacht so für so Punkbands, also bei Feine Sahne, Fischfilet oder so, da waren es auch zwei Frauen, Mutter und Tochter. Aber krasse Story bei diesem Video. Stasi-Gefängnis? Ja, genau. Das ist ein Video, das man sich angucken sollte und nicht mehr, es ist nicht hundertprozentig meine Musik, muss ich sagen, aber ich finde den Sänger zum Beispiel sehr beeindruckend, weil schon aufgrund seiner Statur schon mal, die Musik ist jetzt nicht so schlimm Punk, dass man sagt, das kann man sich nicht anhören als Mainstreamer sozusagen, sondern es ist durchaus auch melodieus und es ist eine absolute Message in diesem Song transportiert. Total, also das ist so ein bisschen meine Geschichte, weil ich habe auch so eine Eltern, eben die so, der Song heißt niemand wie ihr von Feine Sahne, Fischfilet und die kommen aus Jamen oben in Beck-Pom. So haben sich, Monschi hat sich sehr engagiert und alle anderen auch, also gegen rechts so, die sind sehr engagiert dahingehend, was in der Gegend, ich weiß es, einfach auch echt ein Thema ist einfach und das machen die seit Jahren, das finde ich wichtig und die fragten mich halt und ich sagte, okay, gerne und das ist ein Song über seine Eltern und den hatte ich halt versucht. Ich habe auch in Potsdam damals gefragt, im Stasi-Gefängnis, die wollten leider nicht und wunderten sich auf der anderen Seite, dass niemand mehr die DDR-Geschichte kennt. Da habe ich gesagt, naja, aber das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Wir haben eine sehr bekannte Band, ich will mit einem DDR-Thema kommen und ihr sagt einfach nur, nein, wir möchten nicht. Ich sage so, naja gut, jetzt beißt dich die Katze in den Schwanz irgendwie so. Also irgendwie, ja, da muss ich halt anfangen. So, aber, und dann haben wir es halt in Köpenick gemacht, aber trotzdem ein sehr gutes Stasi-Gefängnismuseum an der Stelle, möchte ich trotzdem sagen. Also jeder, den das interessiert, kannst du das gerne anschauen. Das ist, glaube ich, in der Innenstadt, du kennst das, ne? Sollte man sich auf jeden Fall angucken, also gerade, wenn man so ein bisschen Geschichte bewältigen möchte, weil ich meine, ich bin in dem System damals aufgewachsen und ich war in Hohenschönhausen das erste Mal in dem Gefängnis drin, habe mir das angeschaut und da kriegt man im Nachhinein auch eine Gänsehaut, weil, weiß ich nicht, Luftlinie von meinem Zuhause entfernt, ein paar Kilometer entfernt sind Dinge passiert, die man sich wirklich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich habe es nicht selbst erlebt, glücklicherweise, aber wenn man es sieht, es ist unfassbar. Ich habe da, ich wollte da auch rein und habe da Geschichten gehört, also ich habe so eine krasse Geschichte gehört da, ey, die würde ich gerne erzählen. Bitte. Jetzt musst du auch, eigentlich musst du das verfilmen, also ich war in diesem Trakt und er saß selbst auch in dieser Zelle sehr, sehr lange. Er war Marxist und wollte aber Marxist bleiben und nicht zur Stasi und dann irgendwann hatte man ihn ja noch da eingeliefert und der erzählte eben eine Geschichte aus diesem Trakt. Es gab da Zellen, die waren übereinander und nebeneinander und in einer Zelle war eine Frau, die verständigten sich mit Klopfzeichen, links und rechts und um und unten und die klopften immer und dann hat er uns diese Klopfzeichen erklärt, was das heißt. Es klingt wie Morsen, aber du klopfst nur die Buchstaben des Alphabets ab. Also jeder Buchstabe wird so lange geklopft, an dessen Stelle er halt steht und dann wurden die so schnell über die Jahre und kommunizierten durch die Wände und sprachen halt so, sie hatten halt, weiß ich nicht, einmal am Tag Ausgang oder so, konnten da raus, sahen sich aber auch da nicht, weil die so isoliert wurden voneinander und kommunizierten nur über das Klopfen und irgendwann hat sie sich mit einem über ihr sitzenden ehemaligen DDR-Offizier befreundet, durch die Wand. Die haben sich irgendwann durch die Wand verliebt und die haben sich irgendwann durch die Wand die Ehe versprochen. Die haben sich nie gesehen und es ging über Jahre und irgendwann war dieser Offizier weg. Sie war totunglücklich, dass der weg war und dann kam die Wende und er, dieser Führer sozusagen, mit dem ich diese Tour machte, hat dann mit dieser Frau irgendwann eine Lesung gemacht und ging mit der auf Reise und dann erzählten sie auch immer diese Geschichte. In Cottbus war das im Theater, weit nach der Wende, erzählte diese Geschichte und dann meldete sich irgendwann in der letzten Reihe jemand und fragte, entschuldigen Sie, heißen Sie, heißen Sie so und so und dann meinte sie, nee, mein Name ist nicht so und dann sagte er, das kann aber nicht sein, weil die Frau, die da lebte, hatte den und den Namen und dann sagte sie, ich weiß nicht mehr den Namen, aber sagte dann, ich sag jetzt mal, Franz, bist du's? Und dann meinte er, ja. Und dann trafen die sich sozusagen nach Jahren unter neuen Identitäten, die sie angenommen haben, aber mit ihren eigenen Namen im Theater bei einer Lesung ihrer Geschichte wieder und hatten beide aber völlig andere Leben, wurden dann auch irgendwie verheiratet, also auch so in Ehen gedrückt, in die sie nicht wollten, aber trafen sich nach dieser ganzen Zeit und waren dann auch befreundet noch, aber waren sehr, sehr alt dann auch, waren so 60, 70 und so und das fand ich eine sehr ergreifende Geschichte wie da Beziehungen geknüpft wurden und Leben im Grunde durch Wände erzählt wurden und dann sich in dem Fall auf einer Theaterbühne, nur weil einer die Geschichte erzählt hatte, dann wieder trafen. Das fand ich irgendwie sehr romantisch. Ich finde, du solltest diesen Gedanken nicht verwerfen mit dem Film, weil ich finde, das schreit wirklich danach, verfilmt zu werden, weil das ist so spannend und schon alleine dieses Video, das Musikvideo mit dem Stasi-Knast, auch das dachte ich, könnte durchaus auch ein längerer Film sein, weil die Handlung, die dort in dreieinhalb Minuten erzählt wird, könnte man durchaus, glaube ich, auf 90 Minuten strecken und da noch eine Handlung also es ist wirklich schon, das ist ja das, was viele Leute auch damals erlebt haben in der Form. Naja klar, also es gab kurz mal die Überlegung, diesen Stasi-Knast in den westdeutschen Knast zu setzen, aber das ist nicht richtig gewesen, weil dann wäre man so und Feine Sahne hat ja auch dieses Bullenproblem mit, ich sag mal Bullenproblem in Anführungsstrichen, also dieses gegen die Polizei sein und so und es wäre dann einfach zu plump gewesen, also du brauchst schon die Stasi, die und das ist es ja eigentlich, du kennst es ja auch, Andersdenkende in der DDR, also die, die anders gedacht haben, die wurden eh nicht sichtbar gemacht und haben sich immer in irgendwelchen geheimen Orten getroffen und so weiter und dann wurden die eben auch dann sehr, sehr stark beobachtet alle. Also es gab ja nichts, was nicht unter einer Beobachtung stand sozusagen und darum ist das halt einfach, also es ist heute auch noch so lustigerweise, nur im Andersen, also man hat, das wiederholt sich ja alles und hat einfach nur in jedem System wird man einfach ja trotzdem irgendwie gescannt. Und so kann man es mittlerweile ja auch heute sagen, genau. Was erstaunlich ist, dass du ja die DDR gar nicht mehr so viel mitbekommen hast, weil du bist ja 82 erst geboren, das heißt es waren nicht so wahnsinnig viele Jahre, aber du steckst da richtig tief in diesem Thema drin, das heißt das hat dich offensichtlich auch ganz, ganz, ganz doll beschäftigt und beschäftigt dich nach wie vor, habe ich so den Eindruck? Ich weiß nicht, ich bin ja viel unterwegs durch meine Arbeit und es ist immer lustig, als ich mit Cat Gar gedreht hatte letztens, also das war auch schon ein paar Jahre her jetzt, zwei, drei Jahre, vier Jahre in Hamburg, da das Musikvideo für die Jungs und dann traf ich, das war so geil, ich suchte eine Schule, ich suchte eine Schule, wo wir für eigentlich keine Kohle, wir hatten kein Geld und wollten für Cat Gar ein Musikvideo drehen und ich suchte Kinder, Schule, die keine Schauspieler waren und brauchte so eine Aula, wo wir das irgendwie aufbauen können. Ich hatte von der Volksbühne hier in Berlin irgendwie auch Vorhänge und ein bisschen Lametta, schick, schick und so, brauchte diesen Raum für Umme, irgendeinen Typ, der kommt, den keine Sau kennt, der sagt, ich brauche keine Schule, wer hat mehr Lust und so und dann kam so ein Typ, sag mal, ich kenne dich doch Junge, du kommst ja aus der Gegend hier oder was. Was ist denn mit dem, jetzt wieso redet der Sachsen-Anhaltinisch? Alt, der Schwede! Und dann stand da Heiko Menge vor mir, der, oh ja, ich komme aus Kädelbrüchen und so, nee, klingt gleich, klasse, klar, kannst du machen, komm mit hier, ich komme, ich zeige dir alles. Der anhaltinische Stallgeruch, ne? Du sagst, ich habe es gerade gelesen, ein Anhaltiner, ich sagte auch immer Anhaltiner, aber Anhaltiner sind die Pferde, also wir müssen jetzt aufpassen an der Stelle. Oder Adlige, die sagt man wohl, sagt man wohl Anhaltiner beziehungsweise den Pferden, die da auch nach Stahl riechen und ich muss jetzt mich korrigieren, also rückwirkend für alle Jahre, man sagt, wo ist Sachsen-Anhalter? Also Daumen raus. Der Sachsen-Anhalter-Stahlgeruch. Daumen raus und Richtung Sachsen fahrend. Das sind die Sachsen-Anhalter quasi. Und da stand aber Heiko Menge und der, genau, und der half mir dann und dann war ihm zurück zu deiner Frage, wo ich ja merke so, ja, das ist irgendwie so ein Ding, wo du sagst, das gibt es doch, klar, im Westen in Anführungsstrichen, ich will ja gar nicht mehr an Ost-West denken, aber es verbindet dann doch schon irgendwie auf eine Art und du hast halt immer, auch als wir jetzt in Magdeburg treten, da wahnsinnig herzlich, also auffällig. Und Brandenburg ja auch, trotz aller Grumpigkeit, die man so hat manchmal, ist da aber immer ein sehr weicher Kern. Das finde ich schon schön. Definitiv. Also bei uns in der Region hilft man sich, wenn man das kann. Magdeburg, habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Magdeburg, ja. Magdeburg. Ja, es ist an die Stadt Magdeburg, habe ich wirklich schöne Erinnerungen, weil 1981 wurde ich das erste, mal DDR-Meister am Gewicht heben in Magdeburg. Yes. Ja, ich habe gute Erinnerungen daran, an diese wunderbare Stadt in Sachsen-Anhalt. Wo die Sachsen-Anhalter herkommen. Nicht Anhalt-Tiner, ne? Ne, das sind ja die Pferde, ich habe es gerade gelesen. Wirklich die Pferde. Ein bisschen peinlich da noch, wenn man sagt, ja, ich bin Sachsen-Anhalt-Tiner. Ja, wow. Warum wohl? Warum wohl? Denk mal drüber nach. Wir reden über deine Schauspielkarriere, die dann irgendwann begann mit drei großen Kinofilmen, die dann gleich hintereinander kamen. So 2007 war das, glaube ich. Da waren Warum du schöne Augen hast, Chaos-Tage und Schweigen ist Gold. Das war innerhalb von kürzester Zeit drei Riesendinger, die in die Kinos kamen. Ja, nur lass mal die Kirche im Dorf. Das waren kleine Filme. Die zwei davon waren ja von der Hochschule, glaube ich. Also, wir haben sie de facto eh nicht glücklich gesehen. Das Einzige, was größer war, war Chaos-Tage. Aber der war, so sehr ich Tarek Elay, den Regisseur mag und auch heute immer noch Kontakt zu ihm habe, wissen wir beide, dass das so ein bisschen das Erstbegängnis war im langen Spielfilm. Also sowohl für ihn als auch für mich und auch für viele, die mitgemacht haben. Von daher sehe ich das so ein bisschen als so einen würdevollen Trash-Film an unsere gemeinsame Punk-Zeit, die wir so alle hatten mit den Chaos-Tagen. Die wir alle kennen, auf denen wir waren. Die wir gefeiert haben, die es ja auch nicht mehr gibt. Leider. Was heißt leider? Also, ja, die Punks sind jetzt irgendwie die Hip-Hop-Ar, keine Ahnung, wie man das nennen will. Aber danach kamen halt Furchtgebiete und so Sachen, Mengelexemplar, 300 Worte Deutsch. Das waren so, bis heute finde ich, schöne Filme, die ich gerne irgendwie so auch nur noch vielleicht auch gucken würde. Die sind gut gealtert alle. Weißt du, was ich meine? Die finde ich irgendwie gut. Chaos-Tage würde ich mir jetzt nicht, weiß ich nicht. Also, vielleicht so in Schulen oder so. Damals gab es die Punks, liebe Kinder. Guckt euch den mal an, es lohnt sich. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Liste deiner Filme so anschaut, das ist, also hast du noch einen Überblick über das, was du alles gedreht hast? Ich meine, so lange geht ja deine Schauspielkarriere noch her. Es sind so ungefähr 15 Jahre, wenn ich das mal so rückrechne. Aber die Liste der Filme ist deutlich dreimal so lang, so nach dem Motto. Ja, fast 80 sogar. Ich habe dann mal irgendwie so mal quer gedacht, das ist schon echt viel. Das ist wirklich viel. Also es gab Zeiten, da war ich echt jenseits von allem irgendwie so pensummäßig, was ich jetzt auch nicht mehr machen würde. Aber ja, es war schon viel. Und ein paar Sachen bleiben immer hängen und ich freue mich dann aber auch so über Märchen, freue ich mich so. Blaue Licht finde ich irgendwie ganz schön immer, wenn das noch kommt, was vor allem für Kinder irgendwie so ist. Ich selber habe ja auch das Feuerzeug mit Rolf Ludwig und so. Das sind so Sachen, die sind so für mich wichtig, die mag ich für mich irgendwie als Mensch und als Kind, das auch Märchen gesehen hat, ganz gerne. Und ich finde es umso schöner, wenn dann so Kinder oder Menschen kommen und sich dann selber so und einem dann so danken für Filme, wo man mitmacht und man sagt so, hey, die haben mich geprägt, wo ich so denke, oh, das ist mir eine Ehre. Das finde ich ja irgendwie schön, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Und damit habe ich in dem Moment, als ich den Film gedreht habe, noch gar nicht so gerechnet. Weißt du, was ich meine? Und das berührt mich dann. Oder Parcours, der wichtig war, wo sich Leute bedanken oder so für so eine Performance oder die Reste meines Lebens, wo es um den Umgang mit Tod ging, was in Deutschland echt ein Thema ist, weil wir in Deutschland einfach keine Kultur haben, wie die Mexikaner beispielsweise, die ja den Tag der Toten haben, wo sie einmal zu Halloween, Dias Los Mojatos heißt das, glaube ich, da gibt es so einen schönen Film, Coco heißt ja so einen Pixar-Film, da wird sozusagen den Toten gedacht aus der Familie und alles geschmückt und so und dann holt man die wieder zurück ins Leben. Und ich finde, das ist so eine Kultur, die ich total mag und die ich für mich auch gerne etablieren möchte, so in meinem Leben. Weil ich finde, das ist irgendwie schön und wichtig, dass man so die Familie oder die Menschen, die einem nahe standen, wieder zurückholt und irgendwie zu was Schönem macht. Und der Tod ist immer so was Unangenehmes, man spricht nicht gern drüber und man kann noch schwerer damit umgehen, wenn dann mal jemand weg ist. Das finde ich super schade. Und das war so ein Film irgendwie so, der das so thematisiert hat. Das sind einfach Dinge, die mich dann freuen, wenn man dann so ein Feedback bekommt. Den kenne ich gar nicht, muss ich mal gucken. Ich habe dich natürlich in ganz vielen, als Tatortgucker, in ganz vielen Tatorten gesehen, also gefühlt in vielen Tatorten. Fucking Berlin war noch so eine Sache. Die Lindenberg-Geschichte. Ja, klein aber fein so. Also klar war jetzt irgendwie auch quasi ein Riesen-Ensemble-Ding da, Lindenberg. Das war einfach ein guter Film rund um ihn, um Jan, um Bülow, der den gespielt hat. Das fände ich ganz toll. Fucking Berlin fand ich nicht so meins. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Das fand ich so ein bisschen schade. Die Geschichte kenne ich ja nicht. Ich kenne nur den Film. Genau, es gibt die Geschichte um die Frau, die eine Hure ist in Berlin oder war zu einer bestimmten Zeit. Da gibt es einen Roman. Das ist eine Romanvorlage, die erzählt ihr Leben so ein bisschen und hat dann ihr Geld gemacht als Studentin und Teilzeithure, wie sie sich so nannte. Hat dann da ihr Geld verdient, aber fand den, also wie gesagt, wir waren unterfinanziert und das merkt man dann auch, dass man irgendwie merkt, da gibt es kein Geld. Das Ding dauert irgendwie zwei Jahre, bis es irgendwie gedreht werden konnte und dann ist es jetzt irgendwie auf Netflix und ich denke so, ja, wir alle haben dafür irgendwie kein Geld bekommen. Aber ist ja egal. Es ist einfach so, ist jetzt nicht so meins. Wir haben alle irgendwie einen guten Job gemacht, aber in sich ist das jetzt kein Film, den ich referenziell bezeichnen würde für etwas. Und trotzdem haben wir alle unser Bestes gegeben. Also ich will jetzt kein Bäschen dahingehend. Es ist einfach so, gibt es ja, manche Sachen sind da mehr gelungen, manche weniger und ich brauche den jetzt nicht so. Obwohl mich dann viele darauf ansprechen und sagen, Mensch, da sieht man aber dein Hintern und wie ist ganz ich. So, ich sage, deshalb, also darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber ich habe nicht geachtet. Ah, Jens, wir bringen mal drüber nach. Ah, naja. Ist klar. Wir machen da mal einen Punkt runter. Ich wollte noch ganz kurz darauf zurückkommen, dass die Mädels in unserem Laden natürlich auch gesagt haben, ja, ich kenne ihn früher noch von GZSZ, da habe ich ihn gesehen, als er noch relativ jung war. Als die Mädels selbst bei GZSZ mitgespielt haben, meine Damen und Herren, muss man an der Stelle ja sagen, hier wird man ja so durchgereicht in Potsdam. Die fangen alle bei GZSZ an und irgendwann lernen sie bei BB-Radio. Aber ist nicht mal eine interessante Erfahrung, also zwischendurch bei so einer Soapman mitzuspielen, oder? Total. Ich finde es ja, wenn man urteilen möchte über Dinge, dann sollte man wissen, wie sich die Dinge anfühlen, über die man urteilen möchte. Weil so Sachen wie GZSZ oder generelle tägliche Daily-Formate, die man so macht, sind ja oft belegt innerhalb der Branche mit etwas Negativem. Und hier wollte ich einfach wissen, wie das ist, bevor ich mir ein Urteil darüber erlaube. Und ich finde das einfach wahnsinnig herausfordernd, für alle Beteiligten das zu machen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, okay, coole Erfahrung, aber es ist nicht so meins. Ich finde das aber spannend, ich hatte ja regelmäßig auch Schauspieler aus GZSZ, die natürlich erzählt haben, was das da für ein Arbeitsablauf ist. Ich sage, das ist ja wie Privatradio nur beim Film. Weil ich meine, da machst du auch alles und da musst du von Montag bis Freitag richtig durchziehen mit Generalproben und allem drum und dran. Und die drehen ja jeden Tag ein, zwei Folgen. Das ist schon heftig vom Lernen und vom Pensum und so, ne? Absurd. Also es ist unglaublich. Es ist so krass. Ich muss immer an eine Menden denken, die ich sehr, sehr schätze. Wir haben uns irgendwie ewig nicht gesehen. Ich habe es ja einmal noch mal gesehen bei einem Alarm für Cobra 11-Dreh, den wir zusammen gemacht haben, wo die auch so auf den Punkt war. Also spielerisch. Oder Baro auch, der, glaube ich, auch am Grips-Theater mal war. Der war auch schon hier. Genau, Wolfgang. Und dann, da gibt es auch Parallelen, ne? So in der Biografie. Und das sind alles irgendwie ganz tolle Menschen, die einen tierischen Job halt machen und auch wahnsinnig gut sind. Und die machen das auch toll. Und ich, also jeder für sich. Also ich merke halt für mich, ich könnte das einfach nicht. Wie du ja gerade gesagt hast, dieses Pensum, ich bräuchte nach so einer Woche so viel Urlaub oder so. Also ich kriege das einfach nicht hin. Also auch so kräftemäßig. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach, es ist krass. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der da steht und das macht. Ich könnte es nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr, glaube ich. Darauf muss man sich einlassen. Also wenn man Privatradio macht oder GZSZ, was ja ähnlich ist, dann muss man sagen, okay, man braucht viel, viel Energie. Und man muss nicht so einen großen Bedarf an Freizeit haben, weil die findet dann leider nicht mehr so in der Intensität statt. Voll, glaube ich schon, ja. Oder du hast einfach dir ein Leben gebaut, wo man sich einfach die Klinke in die Hand drückt und das war es so. Aber der will schon so leben, ne? Also irgendwann relativiert sich das auch mit fortgehendem Alter relativieren sich einige Dinge. Das sagt jemand, der knapp 40 ist. Naja, ist ja so. Also ich meine, ich sage immer so schön, das Leben der anderen muss ich nicht verfilmen, das sage ich zu Hause. Weißt du, was ich meine? Naja, so. Das ist es halt. Und von daher, glaube ich, kann man gerne und gut und gerne Nein sagen. Also dieses Nein sagen ist ja auch etwas, was wir lernen müssen als Menschen grundsätzlich. Und in dieser Branche noch mehr manchmal, dass man sagt, man möchte das jetzt nicht machen, weil man die Prioritäten einfach anders setzt. Du musst auch nicht Privatradio machen. Das stimmt. Ich muss es nicht machen. Ich mache es wirklich gerne. Und ich habe auch große Probleme mit dem Nein sagen. Weil meistens sage ich, ja logisch, machen wir. Lass uns das einfach machen, weil ich Bock drauf habe. Volksbühne war so ein Ding, auf das du richtig Bock hattest. Du hast ja, du warst, glaube ich, über zehn Jahre warst du an der Volksbühne. Das war so deine Lieblings- und deine langgierigste Bühne, die du bespielt hast. Ja, voll zehn Jahre Volksbühne ungefähr. Du kamst aus dem Theater Leipzig-Dresden, du hast also die sächsischen Bühnen mal probiert und dann gingst du in die Hauptstadt. Genau, ich kam von der Schule. Ich war in Leipzig und dann in Chemnitz. Wir haben so ein Dualsystem in Leipzig, dass du nach zwei Jahren Grundstudium schon ans Theater gehst und dann immer noch Unterricht da hast, aber dann schon weißt, wie sich Theater anfühlt. Das war dann so in Chemnitz bei uns der Fall. Wir waren so eine freiwillige Gruppe, die dann gesagt haben, okay, wir machen es, weil Chemnitz heißt auch wirklich mit Einschränkungen leben, meine Damen und Herren. Also nicht, dass das da schlecht ist, sondern du bist einfach raus aus der großen Stadt Leipzig und du bist da so ein bisschen im sächsischen Allerlei, was total schön war und wichtig war, aber wir hatten uns halt. Ja, doch nicht. Wir hatten uns. Und wir hatten uns. Naja, das war's. Naja, deswegen so dieser freiwilligen Club, der wir da waren und dann bin ich nach Berlin direkt ans Grips-Theater. Ich wollte dann Jimmy Kinder-Theater machen und Linie 1 und so, viele kennen es noch. Linie 1 war auch ein großer Erfolg damals von dir. Nicht nur von dir, sondern allgemein. 86-Uhr-Aufführung oder so war das. Das ist, glaube ich, Absurdistan. Es gibt Schauspieler da in dem Haus, die spielten alle 2000 Vorstellungen. Alle. Jeder einzelne. Also die spielen ja, Linie 1 ist so alt und du übernimmst immer wieder dieses Ding, weil Linie 1 ist so groß in Berlin und für das Grips-Theater. So essentiell wichtig. Für Volker Ludwig, derjenige, der das, glaube ich, geleitet hat damals noch. So Axel Prahl war ja auch so. Der spielte dann Bella Boss und Bulli. Heinz Hönig fing da an. Dieter Landuris, die fing da alle an. Und alle Linie 1. Und ich spielte dann Bambi, was Landuris setzte damals. Und das ging dann irgendwie ein paar Jahre gut. Oder wie gesagt, nur eins. Und dann war mir das auch irgendwann zu anstrengend. Also Stichwort GZSZ. Naja, Kindertheater. Du stehst um 10 auf und machst dann irgendwie zwei Vorstellungen on a row. Und dann bist du erstmal komplett durchgekaut. Und dann hast du noch Proben und dann musst du noch mal abends ran. Also kann man machen, muss man. Also so, das war so. Und dann ging das recht früh los. Dann bin ich mit Gabi Gysi in Kontakt gekommen, die Schwester von besagten Politiker und die ist Dramaturgin. Und dann war ich da recht schnell an der Volksbühne. Hatte einen Kühlschrank genannt, bin schon mal in die Nähe gezogen, so präventiv. Und fing dann da recht schnell an und war dann 10 Jahre sehr glücklich an diesem sehr herausfordernden Haus. Das ist so meine Bühne, so gefühlt. Wo ich so sage, das interessiert mich doch irgendwie noch am meisten so. Jetzt bin ich auch gespannt, wie es weitergeht mit Polish. Wir wollen die Spanische Fliege nochmal spielen, die wir damals noch hatten. Die soll wieder ins Schillertheater kommen im Laufe dieses Jahres. Was ich gerne machen würde. Die Spanische Fliege war so ein Riesenerfolg noch an der Volksbühne. Und gucke mal, dass das noch geht. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre älter und ein bisschen dicker geworden. Mal gucken, ob ich die. Also wer immer sehen möchte, wie dick er geworden ist, der guckt mal in das aktuelle Projekt rein, weil so dick, wie er sich fühlt, ist er natürlich nicht. Aber bei schneller als die Angst ist er noch relativ gut in shape. Man sieht aber den ehemaligen Zehnkämpfer sieht man noch ein bisschen durch. Ja, der sieht aus wie so ein ehemaliger Gewichtheber. Wobei du siehst ja eher aus wie ein ehemaliger Zehnkämpfer und ich sehe eher aus wie ein ehemaliger Gewichtheber. Eigentlich ist was umdrehen. War das jetzt ein Kompliment oder wie muss ich das jetzt auch sagen? Kannst du sagen, wie du willst. Wie auch immer. Ich gehe ja davon aus, dass Gewichtheber eigentlich immer ein bisschen mehr Masse hatten. So untenrum auch. Das war bei mir tatsächlich so. Also ich hatte mein Wettkampfgewicht bei meines letzten Wettkampfs 1993. 82,5 Kilo war die Gewichtsklasse. Das war damals noch das Leichtsvergewicht. Und da bin ich gestartet. Und ich habe nach wie vor jetzt ungefähr mein Wettkampfgewicht von damals. Ich habe 84 Kilo. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das mit Ende 40. Das ist schon echt stark. Dankeschön. Ich gebe nachher einen aus. Wenn wir ja fertig sind, gebe ich kurz einen aus. Wahnsinn. Der Typ, der Typ, meine Damen und Herren. Du sollst anfangen, so Video-Interviews zu machen. Das wäre geil. Dann gucken die Leute nur auf dich. Was soll Jens sagen? Deshalb habe ich dich eingeladen. Der Podcast mit mir selbst, meine Damen und Herren. Heute wieder ich und ich. Warum habe ich mich eingeladen? Weil ich mich total geil finde. Nein. Oh Gott. Nein, so ist das überhaupt nicht. Ich lade mir Leute ein, die ich toll finde und mit denen ich tolle Gespräche führen kann über ihre Karriere und wir reden über deine Musik. Weil musikalisch bist du natürlich auch noch. Das ist ja nicht in die Wiege gelegt, dass man sagt, wenn man gut schauspielen kann, dass man auch gut singen kann. Weil es gibt durchaus Schauspieler, die das nicht können. Bei dir ist es irgendwie Hand in Hand. Wen meinst du da jetzt genau? Ich meine speziell dich. Wer kann nicht so gut singen? Als Schauspieler, wer nicht so gut singen kann? Du hast doch gerade gesagt, es gibt auch Schauspieler, die nicht so gut singen kann. Muss ich jetzt irgendwie namentlich dazu benennen? Nö, ich habe es nur mal zurückgegeben. Aber du weißt doch, dass es stimmt, was ich gesagt habe. Naja, ist relativ. Ich glaube, singen ist etwas, was du nicht lernen kannst. Ich meine, ich finde, man muss unterscheiden zwischen einem Gesang, der so aus einem rauskommt und das man gerne macht. Will man was erzählen? Weil ich sehe dann eher so, wenn ich auch auf Deutsch schreibe, dann wollte ich immer auch was erzählen. Also darum ging es mir so. Ich war jetzt nicht so der passionierte Sänger. Klar, ich war früher im Chor und habe auch mal Musicals gemacht und so. Aber ich war jetzt nicht so der Sänger, der da mit geballter Brust irgendwie so immer auf irgendwelchen Bühnen stand. Sondern mir ging es immer darum, dass ich halt Texte schreibe und Songs mache. Und die halt irgendwie erzählen wollte und das ist so mein Ansatz und dem nähere ich mich und so nähere ich mich. Andere machen das anders und jeder muss damit irgendwie cool sein. So mit diesem einen Ansatz, den er für sich selber irgendwie finden muss. Weil letztlich geht es um Authentizität am Ende des Tages. Also ich finde, mich erreichen Dinge nur, die ich irgendwie als authentisch empfinde. Geht ja ja auch so, oder? Du hast ja ständig mit Musik zu tun und da trennt sich die Spreu vom Weizen in dem Moment, wo du halt merkst, meint der das ernst oder die? Interestiert? Weißt du, was ich meine? Und dann hörst du auch hin und merkst so, ja, ja, da hat einer wirklich was zu erzählen. Oder einer. Und das interessiert mich gerade so irgendwie. Und das ist so mein Anspruch. Ob das jetzt gut ist, ob dann, keine Ahnung, ich höre mir das jetzt nicht an und gehe mit mir da ins Gericht und sage so, naja, da hättest du aber noch ein bisschen mehr, da hättest du schon nochmal einen. Klar, mach ich schon, aber die Songs sind das, was sie waren und die sind wichtig, finde ich. Das sind schöne Lieder teilweise. Ich mag die immer noch ganz gerne und bin froh darüber. Dieses Projekt von Eden hat diverse Hits beschert, die auch im Radio liefen. Sommer ist zum Beispiel, war einer davon. Handlung spielt in Berlin. Genau, auf den Dächern der Stadt. Auch so Guerilla-Quatsch irgendwie so, kannst du keinem erzählen eigentlich. Also so Leiter und dann aufs Dach hoch und so ist ja alles auch nicht erlaubt, muss man ja dazu sagen. Und so, aber dann, ja, am Ende kam noch Jürgen Vogel und sagte, na klar, komme ich da. Das war schon echt ein Ritterschlag damals für mich und für alle. Naja, ist ja so. Es ist für mich so ein bisschen Heimatgefühl, aber als Ostberliner, logischerweise, ich sehe ja sofort meine Hut sozusagen. Wo bist du? Du bist Ostberlin? Ich komme aus Kaulsdorf. Ich bin Kaulsdorf. Insofern, ganz weit im Osten. Jetzt bitte mal Applaus, meine Damen und Herren, wer es das echt geschafft hat, da rauszukommen. Aus Kaulsdorf nach Potsdam, das ist in die Landeshauptstadt. Draußen klatschen auch alle, super. Ganz ehrlich, ich blase das jetzt mal ein bisschen auf. Es war früher die Hauptstadt der DDR, dann war es die Bundeshauptstadt und ich bin jetzt hier in der Landeshauptstadt. Also was soll es? Hier einmal Hauptstadt, immer Hauptstadt. Was soll ich dazu sagen? Ja, ist auch ein bisschen so, wie mit dem Poeten und dem Berg. Wir wollten über Musik reden und über Jürgen Vogel. Jürgen Vogel, mit dem hast du zusammen gespielt. War das der Kontakt, der deshalb war ja auch in deinem Musikvideo oder wie ist das? Ja, wir drehten lange auch in eine Reihe damals, Blochlin hieß die. Das ging auch über ein paar Jahre. Wir mochten uns ganz gut leiden und dann fragte ich dann irgendwann, ob er da Lust hat zu und dann meinte der halt, na klar, bin ich am Start, sag mir wann wo und dann ist gut und bin sehr froh darüber, dass er da mitgemacht hat. Du siehst du, der Jürgen Vogel war zum Beispiel noch nicht in dieser Sendung und wenn du einen guten Kontakt hast, kannst du ihm gerne Bescheid sagen, ich hätte Interesse daran, mit ihm zu reden. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wäre, ist es eigentlich unter Schauspielern so, dass man, wenn man so dicke Schauspielerfreundschaften hat, wo der eine natürlich eine gute Rolle spielt, der andere eine gute Rolle spielt, neidet man sich gegenseitig die Dinge oder freut man sich für den anderen, dass der, wenn man auch so dick befreundet ist, dass der auch so einen fetten Erfolg hat. Ja, ist ja wieder das Thema Neid, ne? Also, es gibt manchmal Menschen, aber da bin ich mittlerweile auch anders drauf. Früher war ich dann so ein bisschen nicht neidisch, aber ich war so ein bisschen, ich fand es ungerecht, dass bestimmte, vielleicht Kolleginnen oder Kolleginnen einen bestimmten Erfolg haben, wenn ich wusste, wie sie sind privat oder wenn ich wusste, worauf das gebaut ist, dieser Erfolg, ne? Und das wären dann nicht so meine Mittel und Wege gewesen, die ich gewählt hätte. Aber ich glaube sehr an Karma und dann daran, dass man immer auch sich mit den Menschen verbindet und die trifft, die man treffen sollte und die ja dann immer gut für einen sind. Und wir haben es jetzt auch bei Schneller als die Angst einfach, Wie lange hat es gedauert? Also das ist jetzt so ein Projekt, wo sozusagen alles stimmt, wo ich sage, das ist das Resultat aus ganz vielen Filmen und einer ganz langen Arbeit und jetzt kommt das zusammen, diese Gruppe von Menschen und plötzlich haben die, diese Gruppe hat diese Kraft, das da hinzustellen, ne? Mit noch anderen Leuten, aber wir sind schon wesentlich, waren da schon wesentlich dran beteiligt so. Und von daher will ich mich auch da nicht so sehr beschäftigen mit solchen Energien, dass ich sage, ich gönne es jetzt jemandem nicht oder so, weil hey, wenn das cool ist und der damit fein ist oder die und das der way to be ist, hey, ganz ehrlich, mach es. Es ist so wie bei Kiano Riefs, wie ich letztens sagte, ich bin zu alt, um irgendwelchen Leuten irgendwie, die zu kritisieren und die vom Gegenteil zu überzeugen. Hey, Digga, wenn du glaubst, dass die Erde eine Scheibe ist, hey, mach das, ist alles gut damit und wirklich, wirklich fall nicht runter hinten. So, weißt du? So, das ist, nee, so halt, weißt du, aber ich muss jetzt keine überzeugen. Das ist so viel, also das ist einfach, ich hab da echt nicht mehr die Zeit und die Buntstifte so, weißt du, so diese Kraft aufzubringen, weil das Leben einfach voll genug ist und von daher, und es einfach auch keine notwendige Energie letztlich ist so, weißt du? Oder wie ist es für dich? Um das mal in meine Welt zu ziehen, also wenn ich jetzt mit einem Radiomoderator befreundet wäre, der ähnlich unterwegs ist wie ich und wenn der dann eine Veranstaltung moderieren würde, die ich gerne moderiert hätte, weiß ich nicht, wie ich da reagieren würde. Okay. Ich würde es ihm einerseits natürlich gönnen, andererseits würde ich es auch gerne alleine machen. Ich glaube, das würde einen Konflikt ergeben. Gibt es in meinem Fall glücklicherweise nicht, aber könnte durchaus ein Konflikt werden. Okay, verstehe. Ich denke ja immer nur so, zum Beispiel rollenmäßig glaube ich immer, dass die Dinge finden dich, nicht du die Dinge. Das ist das, was ich glaube. Das meinte Jim Carrey mal ganz gern. The part is finding you and you're not finding the part. Also dieses mit dem Casting und so, das ist wirklich Quatsch. Und wenn dieser Kollege von dir diese Show moderieren soll, weil er, was weiß ich, Vitamin B oder über irgendwelche Ecken und so dahin, dann wird er halt auch da oben stehen und irgendwann merken, naja, so richtig geil ist es nicht. Weil du hast ja ein Gefühl zu dieser Veranstaltung. Du weißt ja, wieso du das sein solltest. Weißt du? Und dann wird es so, glaube ich, auch dazu kommen, dass du entweder das machst oder was viel Geileres. Weißt du, was ich meine? Und hey, lass ihm doch die Erfahrung. Ist doch cool. Wenn er jetzt über Umwege oder eine Art, die halt nicht deine ist, das Ding dann moderiert hat, dann ja. Danke, du bist doch ein bisschen Philosoph zwischendurch. Ich finde das ja toll. Was soll ich dir sagen? Ja, nee, also stehst du daneben, holst dir eine Packung süßer, herziges Popcorn und guckst ihm beim Halterscheitern zu. Das ist top. Weißt du, das ist ja schön. Ich liebe diesen Job auch, weil ich kriege regelmäßig Ratschläge fürs Leben mit. Weißt du? Letztens habe ich gehört von Gail Taftzer, die hat gesagt, also wenn du irgendwas nicht kannst, dann beherzige den Ratschlag meines damaligen Kollegen, der immer gesagt hat, tu so, als ob du es kannst. Das habe ich übernommen, das funktioniert ganz hervorragend. Jetzt werde ich das übernehmen und sagen, okay, ich stelle mich einfach mit ein bisschen Popcorn daneben und gucke mir an, wie er scheitert und sage, ja, okay, alles gut. Heiter scheitern. Heiter scheitern. Ich nehme das so mit. Dankeschön. Das ist doch geil. Ich bedanke mich auch für diese Lebensweisheit. Ich nehme sie einfach mit. Ich freue mich. Guck mal, mein Leben hat es schon wieder bereichert, dass wir uns heute hier in diesem Studio getroffen haben. Naja, same, same. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es auf jeden Fall schon mal wieder ein schöner Tag. Die finde ich auch schön. Was hast du hier eigentlich für eine Hupe liegen? Ja, ich habe gedacht, wenn Christoph mal vorbeikommt und der zwischendurch nicht weiß, wohin mit seiner Energie, dann könnte er kurz die Hupe betätigen. Du könntest es ja zur Weisheitshupe machen. Immer wenn eine geile Weisheit kommt, wieder die Weisheitskasse eingezahlt, meine Damen und Herren. So, jetzt haben wir alles mal ganz kurz geschrammt. Wir gucken mal ganz kurz noch ins Jahr 2022 und 2023, weil Schauspieler, die wie du gut gebucht sind, haben natürlich auch schon einen Plan, was demnächst kommt, weil das gesagt, also du würdest gerne im Schiller-Theater noch eine Runde spielen und wahrscheinlich gibt es schon wieder so ein, zwei Projekte, die noch in der Pipeline sind, über die du jetzt schon mal sprechen kannst. Ich bin ehrlich gesagt, warte ich darauf, dass wir grünes Licht für die zweite Staffel kriegen von Schneller als die Angst, wofür ich sehr wehre. Ich auch übrigens. Die Reaktionen sind großartig. Also durch die Bank, also wirklich, ich bin da auch super kritisch, wenn ich sagen würde, na nee, aber es sind irgendwie 99 Prozent, dass die Zuschauer sagen, ja gerne mehr, hier lohnt sich endlich auch mal GEZ-Gebühren. Also man hat ja auch das Problem, dass man, ich bin selber auch kein Freund von GEZ-Gebühren, sage ich ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, du wohnst hier und musst zahlen. Ja, aber das habe ich nicht, wollte ich eigentlich nicht. Und hier ist es aber so, du kriegst jetzt auch wirklich irgendwie Qualität, noch mit Legal Affairs und noch mit anderen Serien, die da jetzt gerade kommen, wo ich so merke, hey cool, hier zahle ich das Geld gerne, was ich auch bei Netflix oder Amazon Prime oder was weiß ich zahlen würde, zahle ich auch hier gerne, weil es spielt irgendwie in dieses selbstgewählte Fernsehenschauen in Anführungsstrichen rein. Da bin ich, wäre ich sehr dankbar, wenn die Kollegen da an der Stelle jetzt mal in die Börde kämen und dann gibt es noch eine Reihe, die ich auch noch mache, Die Toten am Meer und das drehen wir immer auf Husum, also in Husum, nicht auf, ist ja keine Insel und das ist so im Norden, da gibt es jetzt zwei Filme und der zweite kommt jetzt im April irgendwann raus und da gibt es wohl auch große Euphorie und Begeisterung auf redaktioneller Seite, da sollen auch irgendwie zwei Filme kommen und ja, wenn die Bücher stimmen, würde ich da mitmachen. Würde ich da mitmachen. Vielleicht auch BB-Radio, mal gucken jetzt. Mal gucken, jetzt hast du Lundig auch, ne? Das ist schön. Ich meine, du machst ja auch Hörspiele, das können wir noch kurz ansprechen, weil du bist natürlich mit dieser Stimme auch unterwegs als Hörspielsprecher. Oh Gott, oh Gott, das ist aber auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen so, ach Gott, irgendwie so viele diese Märchen-Unterstimmen sind immer so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Tiefe Stimmen kommen bei Frauen unheimlich gut an. Kennst du dich noch an Elmar Gunsch erinnern? Das war dieser Typ, der damals, wirklich, der hat die Hausfrauen ans Radio gesaugt mit seiner wunderbaren, sehr tiefen Stimme. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott, oh Gott. Das hast du gesagt. Dann hat sie dann wieder zurückgesetzt auf ihre Stühle. Frag mich, wie die Frauen dann aussahen. oh Gott, oh Gott. Wir waren bei Hörspielen und deiner Stimme. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ich hatte da, ich habe ein paar gemacht, das war aber auch, das war ein schön, Auerhaus und dann hatte ich noch gelesen, das war ein Hörbuch mit der Faust in die Welt schlagen. Da ging es so ein bisschen um, was ich ganz schön finde, um die Nachwendegeneration, in so Raum Hoyerswerda und so, weißt du, wo die Braunkohle und so sonst nichts ist. Und da die ganzen Skins, die alle zu Nazis werden und so, das war ein Lukas Riedschel, hieß der Typ, der das geschrieben hat. Einfach wahnsinnig berührend, weil ich das total kenne. Ich bin in diesen 90er Jahren aufgewachsen, wo alle, alle würden Skinheads. Es war unglaublich, alle. Außer du. Ne, ich war der erste Punk da und deswegen musste ich da auch weg, weil ich musste echt die Beine da in die Hand nehmen, weil das war nicht lustig. Da ging es echt um Mord und Totschlag teilweise. Also da standen, wie oft die mit Basis da irgendwo standen und die Cops kamen und sagten so, naja, so nicht passiert, ja, so muss ja auch sterben. Das geht halt auch gar nicht eigentlich. Und das waren so diese 90er und aus dieser Aufbruchsstimmung entwickelten sich dann diese Menschen teilweise wirklich auf ganz komische und traurige Art und Weise, weil natürlich auch Wendeverlierer dabei waren, die den Fuß nicht auf den Boden kriegten, dann gerade in diesen zurückgelassenen, doch sehr ländlichen Regionen, wie wir sie ja auch hier in Brandenburg haben. Also ist ja auch Brandenburg. Hoyerswerda ist es nicht. Ne, Hoyerswerda nicht, aber es ist ja so eine Schnittstelle da. Es ist ja so, das ist eh in Brandenburg, der Rest ist dann schon Sachsen. Und das hat er dann, als junger Typ, der ist erst 22, glaube ich, hat er irgendwie ziemlich cool beschrieben schon. Und das habe ich dann für den gelesen. Mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Ich war zu der Zeit auch ein bisschen parallel unterwegs mit unterschiedlichen Projekten, aber ich mochte das ganz gerne. Also könnte durchaus sein, dass es davon noch was gibt irgendwann mal. Ich bin offen, meine Damen und Herren. Also wenn Sie möchten, können Sie sich gerne bei mir ins Mal hin. Ich würde dann auch mal gucken, dass ich vielleicht die Zeit fände. Genau. Das war jetzt nicht der Anhalter-Dialekt, sondern das war der sächsische Dialekt, weil du in Sachsen ja auch lange unterwegs warst. Dementsprechend hast du die natürlich auch voll drauf. Ja, keine Ahnung. Das ist immer so mit der Lust, der Hunger kommt. Wie bei das Appetit kommt der Essen so rum. Ich kenne das. Ich habe Freunde in Leipzig. Genau. Wenn die da sind. Stimmt, Leipzig. Da muss ich wieder mal hin. Was war jetzt in Leipzig? In Leipzig war doch jetzt irgendwas. War nicht irgendwas in Leipzig? In Leipzig ist immer irgendwas. Ja, in Leipzig ist immer irgendwas. War nicht irgendwas in Leipzig? Das ist ein schönes Schlusswort, oder? In Leipzig ist immer irgendwas. Wer dich verfolgen möchte, der findet dich natürlich überall, außer bei Facebook, weil da hast du 2018 gesagt, nee, da mache ich nichts mehr. Ja, sicherlich. Aber es ist so ein bisschen, einfach, ich weiß es nicht genau. Guck mal, man kann ja, wenn man Beiträge bei Instagram erzeugt, sie auch gleichzeitig bei Facebook hochladen. Und schon hast du die alle erreicht, ohne dass du mehr Arbeit hast. Nur mal als kleiner Tipp am Rande. Aber ich habe, glaube ich, auch bei Instagram ein bisschen die Füße hängen lassen, oder? Ich bin da jetzt nicht so der... Bei Instagram habe ich diverse Sachen gesehen, unter anderem auch das aktuelle Projekt. Und du hast mit einem wunderbaren Renntierpulli noch eine Ansprache an die Nation gehalten. Also du bist da relativ... Hör ich da einen leichten Vorwurf? Nein, um Gottes Willen. Doch, bei Instagram hast du nämlich den Fans und so. Genau. Bleib da einfach am Ball, ne? Ja, okay. Okay. Also wo findet man dich da genau? Muss man da Christoph Ledkowski eingeben? Ja, ich glaube ganz simpel. Oder in leipzigistwaslos.de. Keine Ahnung. Ad in leipzigistwaslos, meine Damen und Herren. Da finden Sie mich. Aber, Alter. Ich finde, wir sollten unser Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen. Ich hatte bis jetzt viel, viel Spaß. Und wenn ein Gespräch mit so viel Spaß endet, dann sollte man irgendwann einen zweiten Teil davon machen. Naja. Wie mit deiner Serie auch, oder? Tierisch, ja. Wäre super. Also genau, ihr könnt das gerne gucken, liebe Leute. Und selbst entscheiden. Und wenn ihr ganz viele Leserbriefe schreibt, an MDR hat das produziert, an den Mitteldeutschen Rundfunk, dann glaube ich, ich glaube, das war mal der zweiten Staffel. Gut. Dann dürft ihr in diesem Medium auch gerne mal die Konkurrenz benennen. Das ist gar kein Problem. Christoph Ledkowski war heute bei mir im BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast. War sehr schön, dass du da warst. Fand ich auch ganz schön. Wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ich wünsche dir was. Bleib gesund. Du auch. Bis dann. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch. BB-Radio.